Wir arbeiten nicht mit Parteien zusammen, die gegen Menschen und Minderheiten hetzen. Da kann ich mir im Moment jedenfalls keinen Wertekanon der SPÖ vorstellen, der die Freiheitlichen inkludiert. Das Gedenkens 1683, den Sieg über die Türken vor Wien, die Rede ist besonders erlesen, falls da jemand irgendwie meint, naja, so schlimm sind sie ja nicht, er soll sich die Rede anschauen, dann kann er das mit Sicherheit nie mehr sagen, die sind noch schlimmer als man es glaubt. Abendland in Gesten hat, ja, dazu stehen wir. Zum Befehl. Darum sind wir so beinahmt, dafür sind wir bekannt, dass so ein Rausch ist. Zum Befehl.